So, sie werden verhaftet, weil sie illegal Wikipedia gedownert haben. Warten Sie, ich kann alles erklären. Wusstest du, dass Wikipedia auf einen USB-Stick passt? Jetzt echt? Ja, also ohne Bilder. Ohne Bilder hat Wikipedia, glaube ich, nur 20 GB oder so. Natürlich. Ja, das ist aber schon ein bisschen mehr als 20 GB. Okay, jetzt haben wir noch das, was Melly meinte. Okay.